Die Funktion Bruchteiljahre Mithilfe der Funktion Bruchteiljahre wandeln Sie die Tagesanzahl einer Zeitspanne in den Bruchteil eines Jahres um. Geben Sie in die Zelle A1 das Anfangsdatum und in die Zelle A2 das Enddatum der Zeitspanne ein. Um nun den Bruchteil des Jahres dieser Zeitspanne zu berechnen, geben Sie in die Zelle A3 die Formel für Bruchteiljahre ein und bestätigen mit der Eingabetaste. Die letzte Zahl gibt an, wie die Zinstage gezählt werden. 0 und 4 bedeuten 30 Tage pro Monat und 360 Tage pro Jahr. 2 steht für taggenauen Monat bei 360 Tagen und 3 für taggenauen Monat bei 365 Tagen.